Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es war Wakanda keine fortschrittliche Nation, sondern ein Haufen verfeindeter Stämme. Der Meteorit brachte sie zusammen, denn er enthielt das Metall, das wir heute Vibranium nennen. Vibranium hat Wakanda groß gemacht. Mit ihm entwickelten wir uns, schlugen Kräfte von außen zurück. Wir wurden eins mit unserer Vergangenheit und unserer Panthergöttin. Sie forderten ihren Onkel heraus, um der Black Panther zu werden. Dabei waren sie zum König geboren. Nicht alle können beides. Nicht alle erhalten dann Basts Segen. Es war eine schwierige Entscheidung, Wakandas Grenzen zu schließen, als sie dachten, ihr Freund wäre gestorben. Ich verüble es ihnen nicht. Aber diese neue Bedrohung ist anders. Sie ahnen nicht, wie weit diese Leute gehen werden, um zu bekommen, was sie wollen. Eine Gier ist Ulysses Klaue gefolgt. Gier nach dem Vibranium, das den Herzschlag Wakandas aufrecht erhält. Und diese Gier breitet sich aus. Nur ein Mann steht ihr jetzt im Weg. Sie. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Marvel's Avengers. Um was uns hier erwarten... Alles klar? Alles klar. Ich platziere die nächste Ladung. Auch aber lang. Was ist da passiert? Was ist da passiert? Nein, 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 nein Ja, haut ab. Na ja, schon schnell. Endlich mal als Black Panther unterwegs. Er kann einen Doppeljump anscheinend. Ja, komm mal. Bestimmte Gegner können überladen werden. Wenn das passiert, erleiden sie weniger Schaden und können Spezialangriffe ausführen, die nur in überladenen Status verfügbar sind. Bekämpfe überladene Gegner mit Schallausrüstung und Schallangriffe. Wie oft muss ich ihnen diese Lektion erteilen? Es ist der Black Panther! Ich glaube, du hast recht. Gut, du lernst dazu. Ich bin der Black Panther. Ich bin der Black Panther. Ich bin der Black Panther. Ich muss erstmal ein bisschen klarkommen auf den Black Panther Nice Also Q wird wohl ein bisschen blocken sein mit der Rüstung Ich kriege hier aber eine Schallfähigkeit hin Also doch nur da So also die wollen nach Wakanda rein Einbrechen, okay Das werden wir natürlich verhindern Hier geht's nicht weiter, Katzenmann Das werdet ihr bereuen Du bist unterlegen Gebt ihm alles, was ihr habt Ihr hättet Verstärkung mitbringen sollen Und dann geht's Und dann geht's Ich bin raus! Verlass diesen Ort! Das halten wir nicht durch! Bleibt unten! Gib auf, Panther! Für Wakanda! Für Wakanda, uh! Oh Mist! Stellt euch! Das ist erledigt! Ich kann dir ein Jet bringen, um den eingestürzten Tunnel zu überwinden! Nein! Schick deine Truppen zum Schild! Dorthin sind Klaus Männer unterwegs! Ich kenne einen anderen Weg! Hm! Ein Weg, den du nicht mit den Dore Melage geteilt hast? Ich teile ihn jetzt mit dir! Ungern, wie ich zugeben muss! Das wird dir gefallen, Okoye! Ach wirklich? Okoye! Das korrumpierte Vibranium hat sich auch in diesem Teil des Dschungels ausgebreitet! Warum geht das so schnell? Das weiß ich noch nicht! Es muss zerstört werden! Oh, oh, oh! 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 Oh, 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 oh! Oh, oh! Die halten aber auch was aus. Die Korrumpierung wurde zerstört und Klaus' Männer sind befriedet. Zeit meine Abkürzung zu öffnen. Mal eben Ausrüstung wechseln. Weg damit den Rest. Geht den Rest weg. So, das ist auch... Wir wollen ja Schaden machen. So, starte es beim Fuß. Geht noch um 10,7 Karten. So. Wobei. Das einfach mal testen. Testen wir mal. Dora Milaje sind ja die Krieger von denen. Da ist was zum Looten. Ja, und den Kisten muss ich mich jetzt erstmal gewöhnen. Sehen ja jetzt ganz anders aus. Weiß Prinzessin Shuri von dieser Passage? Ja. Wie alle potenziellen Black Panthers. Ich habe diese Höhle seit dem Training mit meinem Onkel nicht mehr gesehen. Als betrete man eine Erinnerung. Ich weiß noch, wie ich sie auf der Suche nach einem Zugang kaputt gemacht habe. Sprengstoff war keine gute Idee. Sprengstoff ist meistens keine gute Idee, aber warum nicht? Oh. Bast holt sich die Seelen der Einbringlinge von Wakanda. Sie beschützt uns immer. Schon schön hier. Einige Helden können mit Powerangriffen durch Wände brechen. Zerstörbare Wände sind mit einem orange leuchten Markierung, wenn du den Tag... Okay. Wandermäßiges. Und was ist drin? Neue Brust. Ah doch gleich mal ein besseres Equipier anfangen. Umso besser, umso... Umso einfach werden die Kämpfer auch. Ein weiteres Rätsel für zukünftige Black Panthers. Okay. Ich habe Stunden in diesem Raum verbracht. Voller Abschürfungen. Äh, jetzt müssen wir nun mal rausfinden, wie das Rätsel funktioniert. Das war nicht richtig. Ja, daran erinnere ich mich. Wer war schon mal? Gut. Und weiter. Perfekt. Wenn mein Onkel mich jetzt sehen könnte. Nein, die nicht. Was ist das? Da? Da? Da sind die... Die Falsch Oh Oh Wir sind daran jetzt gestorben An dem Passwort Irgendwo muss es ja eine Information geben Wie das Passwort denn ist, oder? Richtig Glück Ein weiteres Rätsel für zukünftige Black Panthers Ich habe Stunden in diesem Raum verbracht Voller Abschürfungen Der war ja nicht richtig So, wenn ich mir das hier so angucke Ich gehe mal davon aus Das Symbol müssen wir Das Symbol, das Und das Also Ja, daran erinnere ich mich Gut Und weiter Oh, jetzt noch Der Penta-Kopf Perfekt Wenn mein Onkel mich jetzt sehen könnte Ich muss schneller sein Es ist offen Endlich Okay Das ist ein Rätsel Was auf jeden Fall Etwas schwerer ist Als die alten Oder die anderen Aber hat Spaß gemacht Auch wenn ich da beim Rätselmachen gestorben bin Aber schon mal besseres Equipment Will doch kein Danke So Weiter geht's Mich zu Kätzchen angucken Als Shuri älter wurde Stand sie hier neben mir Aber letztlich war es meine Pflicht Onkel Sion Zum Kampf herauszufordern So sieht es aus Denn nur so wird man der Black Panther Durch einen Kampf Seltsam Hier als der Black Panther Entlang zu gehen Mein Onkel hat sein Bestes getan Um mich auf Männer Wie Klaue vorzubereiten Hoffentlich enttäusche ich ihn nicht Und So Auch das haben wir geschafft Perfekt Also das war ein Eingang Was Onkel wohl von all dem halten würde Also da kommt nur wirklich der Black Panther rein Es ist klar Dass Ulysses Klaue sich selbst als Technokrat gefällt Eine Schallkanone Vielleicht das einzige Was Wakandas Schilde überwinden kann Ich habe unterschätzt Wie weit er gehen wird Um Vibranium zu bekommen Ich erinnere mich daran Wie die Technologie dieser Bahn Modernisiert wurde Onkel bestand darauf Dass sie danach Genauso aussah Wie vor tausend Jahren Das mit einem Vibranium Das jeder will haben Ich will das untersuchen Das wurde nicht gegraben Sondern geschnitten Mit einem scharfen Metallbohrer vielleicht Gepranium durchgeschnitten Interessant Das ist die Arena Klar Weiter geht es mit Aimbots Die haben also Löcher in meine Höhle geschnitten So näher nass Noch mehr Krabbeviecher AOL Schaden Wenn ich den AOL Schaden noch ein bisschen mehr kontrollieren könnte Wäre cool Und der Auftau Dieser Raum diente dem Sparring mit anderen potenziellen Black Panthers Ihn so verschmutzt zu sehen Klaue und seine Schergen müssen aufgehalten werden Klaue und seine Schergen Einmal noch Wäre dieses Vibranium nicht vor Jahrtausenden raffiniert worden Hätte es jeden mutiert Der in seine Nähe gekommen wäre Hm Barschenga wollte, dass jeder neue Black Panther sich daran erinnert Warum er den Titel erhalten hat Ja Vor 10.000 Jahren lagen die Stämme von Wakanda im Krieg Okay Also die einzelnen Stämme Der Meteorit mit dem Vibranium schlug auf der Erde ein Der Meteorit wurde zu dem Vibraniumhügel, der über der goldenen Stadt thront In dem Hügel wuchs das herzförmige Kraut Das Kraut muss man trinken, damit man der Black die Vision hat für den Black Panther Ich habe einige der alten Symbole vergessen Hey Ich fange nochmal an Was müssen wir denn machen Ah Vielleicht Das Symbol Suchen wir es mal eben Wird das sein Oder So Hört sich auf jeden Fall Rete an Und Dann natürlich Das Symbol Dann Brauchen wir Das Symbol noch Ein Symbol fehlt noch Ne Das Wunderschön Okoye Ich bin durch T'Challa Wo in was Namen bist du gewesen Jury Die Avengers Was machen Fremde im Luftraum von Wakanda Ich habe sie reingelassen Klaus Männer haben es bis zur Stadtgrenze geschafft Und du warst nicht da Um die Avengers kümmere ich mich später Zuerst muss ich Klaus Schallkanone offline nehmen Oh ja Okoye Die Dora Milaje und die Avengers sollen Klaus Männer beschäftigen Lenke ihre Aufmerksamkeit von den Klippen ab Das wird kein Problem sein Aber wenn der Schild zusammenbricht Sie können dir helfen Haltet ihn auf Er darf nicht zur Kanone gelangen Ich kriege das hin Schwester Wir haben nicht viel Zeit bis sie durch den Schild sind Ich muss mich beeilen Dann müssen wir ein bisschen mehr Schaden machen Würde ich sagen Hey yeah Ah, um einem Heilung. Ah, da geht's. Da in der Richtung. Ich werfe dich kaputt, ey. Okay. 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 so ich habe mich da eigentlich zum fliegen sehen aber anscheinend kann ich dann doch noch mal ein bisschen was da ist die Kanone Klaue hat wohl nicht übertrieben Hey Pantherboy Toll Bist du größere Schmerzen oder viel größeren Bist du immer so wortgewandt Nein Schatz das volle Programm gibt's nur für das Kätzchen Das sind merkwürdige letzte Worte Crossbones Nur weiter zu Das ist sehr lustig Er schirmt die Kanone ab Oh oh Siehst so aus als kämpfste nicht durch Hör auf Wie du wünschst Das könnte ich nicht zulassen Ah, kannst du nicht Versuchen wir mal was Neues Ich kann Deutsch-Ausschläge einstecken Katzenkönig Zumindest kannst du vor ihnen davonlaufen Das macht mir großen Spaß Oh Oh So leicht gebe ich nicht auf Hinter dir bin ich nicht, Herr. Schuri, Okoye, die Kanone ist ausgeschaltet. Ja, aber eben so die Kanone kaputt gehauen. Vielleicht nächstes Mal. Okoye, bring die Avengers zum Palast. Auf zum Palast. Gut, der König will euch auch sehen. Oh oh, das gibt Ärger. Ja. dass ein uns folgt denn wenn dann wisst ihr warum ein plötzlich so an meinem land interessiert ist es hat wahrscheinlich damit zu tun dass wir ihn eine mächtige waffe gestohlen haben und eine weitere zerstört verstehe falls es euch irgendwie tröstet ihr habt advanced idea mechanics nicht vor unsere tür geführt wir zerquetschen sie seit wochen wie fliegen dann wisst ihr von dem korrumpierten vibranium was es mit objekten macht und menschen wir arbeiten an einer behandlung für die die betroffen sind und grenzen so gut es geht seine herkunft ein aber woher wisst ihr davon weil es auch außerhalb von wakanda auftaucht das ist nicht gut das bedeutet ulysses klaue verursacht mehr schaden als erwartet er leitet die operationen hier unseren informationen zu folge steckt er tief im schwarzmarkt handel mit vibranium genauso wie auch sein vater früher seid ihr nicht besorgt aber das nur wegen seiner schalltechnologie sie stört alles was aus vibranium ist oder damit betrieben wird einschließlich unserer schilder und scanner aber aim wird nicht ewig getarnt bleiben das verspreche ich euch wir glauben dass diese technologie etwas mit der korrumpierung zu tun hat dann haben wir es ja rechtzeitig her geschafft um zu helfen um euch darum zu bitten da wir jetzt wissen dass ein mit drin steckt können wir euch infos geben wenn ihr sie braucht aber vibranium ist euer spezialgebiet markiert die positionen des korrumpierten vibranium außerhalb von wakanda wir müssen wissen wie weit es verbreitet ist und einen verteilungsplan für die behandlung machen bin schon drin seht euch einmal um das alles unternehmen wir bereits im kampf gegen klaue und aim hoffentlich können wir uns nützlich machen hey captain rogers kannst du zu mir ins labor kommen du findest es zu deiner rechten ich bin unterwegs das werden wir aber in der nächsten folge machen bedankt mich einmal fürs zuschauen und wünsche euch allen jetzt noch einen wunderschönerstag bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal